Hallo, hallo, Andrea hier von Wir müssen reden, deinem Beziehungspodcast. Ich habe in meiner Beziehung gerade diese oder jene Situation. Gibt es dazu bei euch auch eine Podcast-Folge? Uns erreichen immer wieder Zuschriften, die nach Folgen zu bestimmten Themen fragen. Und durch diese Fragen ist uns aufgefallen, dass die Titel unserer einzelnen Folgen zwar mein Wortakrobatenherz höher schlagen lassen, aber ein Außenstehender leider nicht sofort erkennen kann, worum es in dieser Folge eigentlich genau geht. Zugegeben, das ist ziemlich dumm, wenn ich mit dem Podcast möglichst vielen Menschen helfen will. Also habe ich mich jetzt mal hingesetzt und bin zumindest schon mal einen Teil unserer alten Folgen durchgegangen und habe sie für dich etwas überarbeitet. Sie haben einen neuen Titel und eine genaue Beschreibung bekommen, damit du sofort weißt, was dich erwartet. Daraus ist jetzt unser Summer Special entstanden. Für diese Aktion habe ich aus den ersten 100 Podcast-Folgen die ausgesucht, die wir als die mit dem meisten Mehrwert für dich und deine Beziehung erachten. Über die nächsten Wochen, sprich die Zeit, in der die meisten in irgendeiner Form Sommerferien und oder Sommerurlaub haben, bekommst du also ordentlich aufbereitete, aber bereits gebrauchte, nichtsdestotrotz sehr aktuelle Podcast-Folgen für deine Partnerschaft. Und Achtung, am Ende nicht zu früh abschalten, denn nach jeder Folge erzähle ich dir schon mal ein bisschen davon, welches Thema dich in der nächsten Folge erwartet. Am besten ist natürlich, du abonnierst unseren Podcast auf dem Kanal deiner Wahl, dann verpasst du absolut nichts mehr und bekommst immer aktuell neue Impulse für deine Beziehung. Immer in der eigenen Komfortzone zu bleiben, das kann deine Beziehung tatsächlich zum Scheitern bringen. Sollte man gar nicht glauben. Aber wenn wir uns nicht bewegen, immer mal wieder raus aus diesem Wohlfühlbereich, dann wird es irgendwann langweilig. Und es heißt nicht, dass es immer wahnsinnig aufregend in einer Beziehung sein muss. Nein, es dürfen sich Dinge natürlich einrichten oder ihr dürft euch einrichten in eurer Beziehung. Das sollt ihr ja tun, damit ihr euch sicher fühlt. Aber ab und zu braucht es mal so einen kleinen Ausreißer, so einen kleinen Musterdurchbrecher. Und wie das aussehen kann, wie du das in deiner Beziehung am besten machen kannst, davon handelt diese Folge. Ich wünsche dir viel Freude. Hallo. Hallo. Andrea hier. Und Dietmar. Von Wir müssen reden. Du grinst schon wieder. Ist heute schon wieder ein Thema lustig dran oder was? Es ist kein Spaß hier. Doch. Doch, total. Und ja, wir wissen gar nicht so recht, wie wir heute anfangen sollen. Ich hatte vorhin so den Impuls, damit anzufangen zu sagen, ich weiß ganz gut, was du gerne magst und was du nicht gerne magst. Egal, ob es ums Essen oder Trinken geht oder auch so Angewohnheiten, welche Klamotten du gerne magst, was du an deinem Tagesablauf gerne magst und das macht es sicher. Damit fühlt sich vieles sicher an. Also es ist so. Den anderen zu kennen, meinst du? Ja. Also das ist so dieses, was wir ja schon mal hatten, so das Thema Landkarte des Partners zu haben. Den anderen gut zu kennen, das ist so eine der Voraussetzungen für eine gute Beziehung. Komfortzone, ne? Und bietet einem auch eine gewisse Komfortzone, genau. Also so dieses, wir wissen, was wir beide gerne mögen. Wir wissen, was wir gerne für Filme anschauen, worüber wir lachen oder eben nicht oder uns ärgern und damit sind wir schon beim Thema Komfortzone. Und das fühlt sich auch sicher an. Also wenn du weißt, wie dick das Eis ist unter dir, das heißt, was dein Partner mag oder nicht mag, kannst du dich auf diesem Terrain auch sehr, sehr sicher bewegen. Ist das, was wir alle tun als Paare, als Beziehungsmenschen? Wir bauen uns ja unsere Komfortzone in unserer Beziehung. Genau. Und das Wort Komfortzone passt da ganz gut. Es ist ja so aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo es immer heißt, raus aus der Beziehung. Aus deiner Komfortzone. Rein ins Leben oder wie die Slogans so alle sind. Aber tatsächlich gibt es in der Beziehung auch diese Komfortzone, wo wir uns einfach sicher bewegen können und uns sicher fühlen. Und jetzt kommt der Knackpunkt, den ich total spannend war, als wir uns vorher drüber unterhalten haben, dass das eigentliche Gefährliche an der Beziehung genau diese Komfortzone ist. Weil wenn du dich streitest, wenn du dich reibst aneinander und auch mal rausgehst, diese Komfortzone ist Entwicklung möglich. Entwicklung als Paar, Veränderung ist möglich. Aber wenn du immer nur in dieser Komfortzone bist, ist es auch so ein Thema, da lebendig zu bleiben dabei. Also das heißt, wie geht es dir emotional, da bist du da einfach klar, bist du ruhig und bist du safe. Aber es ist auch die Möglichkeit, diese Komfortzone leider sich zurückzuziehen. Also vom anderen. Wenn ich alles vom anderen glaube zu wissen oder nur noch mich auf dem Terrain bewegt, du merkst schon meine Stimme und diese Energie, es wird total ruhig. Und so dieses, ja dann, dann passiert da nicht mehr viel. Das mag erstmal ein Gefühl der Sicherheit geben, aber ganz oft ist es auch der Punkt, wo sich der Partner schon aus der Versicherung, wo die Sachen aus der Partnerschaft rausstiehlt, ja langsam. Ich habe gerade das Bild dazu, das ist so wie, wenn man auf einem Stück Land immer das Gleiche anbaut, dann entzieht man dem Boden immer die gleichen Nährstoffe und irgendwann wächst das, was man da eigentlich über Jahre angebaut hat, wächst nicht mehr. Und so ein bisschen ist es da auch so. Ich mache immer das Gleiche, aber irgendwann passiert auch nichts mehr und es passiert auch nichts mehr in der Beziehung, es darf nicht mehr wachsen. Und wenn wir uns überlegen, wie wir heutzutage Beziehungen leben, wie lange wir leben und damit in der Beziehung leben könnten, wenn wir eine und die gleiche Beziehung von, sagen wir mal Mitte 20 bis ans Ende unseres Lebens führen, werden wir da immer alles gleich machen, obwohl wir uns Menschen als Menschen auch weiterentwickeln und verändern. Ja, natürlich. Und dann kann das tatsächlich den Tod für eine Beziehung bedeuten, wenn ich mich nicht aus dieser Komfortzone rausbewege. Also sprich, so eine Komfortzone bietet mir nicht nur Sicherheit, sondern diese Sicherheit kann sehr trügerisch sein und sie engt mich auch ganz massiv oder uns als Beziehung ganz massiv ein. Und deswegen gilt es auch in der Beziehung, raus aus der Komfortzone. Und wenn ich ein bisschen auszuholen, warum ich denn diese Komfortzone habe, ist natürlich auch ganz oft und vieles Ego da, was dir natürlich sagt, oh, bewegt dich bitte nicht außerhalb, das ist gefährlich, gefährlich. Ja, da geht es dir nicht gut. Also auch da ein bisschen drauf zu achten, welcher Anteil von dir möchte denn diese Komfortzone so ruhig und so still wie möglich, ja, damit alles safe ist. Aber es ist keine große Weisheit, das jetzt rauszupustern, aber das Leben ist nicht safe, das Leben ist überhaupt nicht sicher. Und es geht darum, je mehr du dich ja darauf einlässt, zu sagen, ja, ich habe diese, wir brauchen auch, es geht nicht darum, die ganz wegzutun, sondern zu sagen, die darf ja da sein, aber es geht immer wieder darum, dass du drauf schaust, wie groß ist die, was ist Inhalt dieser Komfortzone und eben aber auch zu sagen, was muss sie denn tun, um die zu verlassen. Also verlassen ist nicht, aber einen Schritt raus zu gehen aus dieser Zone. Ja, vor allen Dingen, weil wenn ich mal rausgehe, ich weiß ja, ich kann immer wieder zurück. Also ich kann ja wieder diesen Schritt, wir haben ja dieses sichere Terrain und da kann ich ja immer wieder ein Stückchen reingehen. Also ich brauche das Verlassen, um wieder, das Verlassen der Komfortzone, um zu spüren, ich kann auch wieder dahin zurückgehen. Deswegen ist sie wichtig. Und ein Verlassen dieser, ich weiß nicht, ob du jetzt dir vorgreifst, ob du das gerade sagen wolltest, aber das Verlassen dieser Komfortzone, übrigens, wenn jetzt jemand Bullshit-Striche schreibt zum Thema Komfortzone. Also nochmal das Wort Komfortzone, oder? Komm, gucken, wie viel mehr, also falls es jemand mitzählen will, sei ja damit herzlich eingeladen. Aber diese Zone zu verlassen, kann man tun, indem man sich verletzlich zeigt. Zum Beispiel. Wie es mir gerade geht, was passiert da gerade bei mir und zu gucken, wie geht es mir da damit, also so ein bisschen meine Geschichte erzählen und wir nehmen dann Partner das auch wirklich auf. Und da passiert wieder Wachstum, da ist wieder Reibung drin und sich auf einen anderen einzulassen, auf dieses Dünne, also auf diese Erweiterung dieser Zone. Ja, also verletzlich zeigen ist so gerade diese Situation, gerade wenn ich mich nicht sicher fühle in der Beziehung. Also ich habe vorhin so ein schönes Beispiel gelesen dazu, dieses, ich möchte dich verführen, ich möchte gern Sex mit dir haben und du sagst, nee, heute nicht. Und mich dann rauszubewegen, also das erste Mal rausbewegen, so ich trau mich mal und das zweite Mal abgelehnt zu werden und sich dann weiter zu trauen, also dann damit umzugehen und sich dann zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und dem anderen dann zu erzählen, wie geht es mir gerade damit. Gar nicht zu sagen, du Blödmann, sondern mir geht es gerade so und so. Und ich habe vorhin was Schönes. Du meinst so ein bisschen diese Geschichte zu erzählen? Ja, da war ich noch nicht ganz, ich war noch dabei, dieses, letztendlich suchen wir in Beziehungen immer einen Gegenpart, der uns liebt, obwohl wir unvollkommen sind, weil wir uns selber ja immer unsicher sind mit uns. Also ich kenne niemanden, der so selbstsicher ist, dass er sagt, alles an mir ist super toll und jeder Mensch hat so eine Unsicherheit und wir suchen aber immer nach jemanden, der uns trotzdem, in Anführungsstrichen, genauso nimmt und liebt in unserer Unvollkommenheit. Aber wenn wir uns nicht raustrauen und wenn wir diese Unvollkommenheiten, unsere Macken nicht zeigen unserem Partner, wie soll er denn dann die Chance bekommen, uns zu zeigen, dass er uns trotz unserer Macken liebt. Das heißt also, wenn ich dann immer zumache und wenn ich gar nichts sage und mich dann zurücknehme oder dann still bin, mich wieder zurückziehe in meine Komfortzone und dann ins Schweigen verfalle, dann ist es so eine ganz große Gefahr, dass uns diese Komfortzone Der schleichende Tod. Der schleichende Tod, genau. Und zum Thema Verletzlichkeit war auch noch ein wunderschönes Zitat da, bevor wir zu dieser, auch der Mensch, der dieses Zitat geschrieben hat, hat auch die Lösungsidee, die du gerade schon angesprochen hast, geprägt, die uns sehr gut gefällt. Verletzlichkeit ist das Letzte, was wir dem anderen zeigen wollen, aber das Erste, nachdem wir beim anderen Ausschau halten. Und genau das tun wir zum Beispiel im Streit, wenn wir miteinander streiten, suchen wir beim anderen die weiche, die offene Stelle, durch die wir vielleicht doch wieder den Zugang finden. Das ist doch nicht so hart. Der ist doch nicht so hart und wenn ich das sage, vielleicht wird er wieder weich, vielleicht versteht er mich dann wieder. Und wir haben eine sehr schöne, ja eine schöne Anregung gefunden, wie man diese Verletzlichkeit zeigen kann. Und jetzt darfst du es erzählen. Jetzt muss ich es ja ummünzen. Okay. Also ich hätte die Andrea verführen wollen und Lust auf Sex gehabt und die Andrea sagt zu mir, nee, ist gerade nicht, mir ist nicht danach, mein Körper möchte nicht, wie auch immer. Also lehnt mich ab. Nein, ich lehne dich nicht ab. Es ist ja hypothetisch. Ja, ganz hypothetisch. Aber es geht darum zu sagen, wenn das, also nur als Geschichte, wenn du sowas hast, geht um das nachzuvollziehen, geht es darum, okay, dass es passiert und es geht darum, natürlich sein, ein Anteil, Ego-Anteil, dass er sagt, guck, ich wusste es doch, du bist nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht sexy, blass, nicht männlich genug. Sie liebt dich gar nicht mehr. Ja, sie liebt dich sowieso nicht mehr, sie hat einen anderen, also das Ego kann da schon nochmal richtig reinkotzen an der Stelle, wenn du sagst, Moment, mal Ego zur Seite und nochmal deine Komfortzone wahrnehmen. Und nicht zu sagen, ich bleibe in der, ich ziehe mich zurück, sondern dich wieder zu öffnen vor dem Partner und dann zu sagen, pass mal auf. Also ich würde dann einfach erzählen zu sagen, ich wollte mich öffnen im Sinne von, ich hätte Lust gehabt auf dich, ich war für mich so da, das hätte mich gefreut, wenn eine Reaktion gekommen wäre, die mich nicht abgelehnt hätte und da passiert viel mit mir, ich fühle mich verletzlich damit, wenn ich nicht angenommen werde, so wie ich bin oder nicht ankommen und das nicht im Sinne von Betteln, sondern es ist einfach nur so, erzähl deine Geschichte, die in dir abläuft, egal ob da das Ego jetzt rumkotzt oder nicht und da mitkreiert, sondern erzähl deine Geschichte, was passiert da in dir, wenn du, ja, so eine Ablehnung hast oder wir können es anders machen, wenn man sich streitet, dann sagst du, ah, man hat sich so gekappelt und dann ist es natürlich eine gute Öffnung, eine gute Möglichkeit, auf deinen Partner wieder zuzugehen, wenn sich das wieder ein bisschen beruhigt hat, ja, also nicht während der anderen noch voller Wut entbrannt, die Waschmaschine mal datiert, indem er die Wäsche reinstopft oder mit dem Geschirr rumklappert, nicht werfen, aber was ist ja erlaubt oder Schranktüren schlägt oder so, dann ist es vielleicht nicht der richtige oder dann ist es ganz sicher nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn du merkst, er wendet sich dir wieder zu, es ist eine Möglichkeit, jetzt in Kontakt zu drehen und ich sage, oh, wie sage ich es ihm jetzt? Erzähl ihm deine Geschichte. Was passiert in dir? Was ist passiert? Welche Geschichte lief in dir ab? Und das ist ein Verlassen der Komfortzone. Genau. Und die Brücke dazu, die der gute, er heißt Brené Brown, der dieses Zitat von vorhin, ähm, geschrieben hat, der nennt diese Brücke eben auch die Geschichte, die ich mir erzähle. Ich möchte dir gerne erzählen, welche Geschichte ich mir gerade erzählt habe in der Situation, was bei mir alles abgelaufen ist. Eben, jetzt liebt er mich nicht mehr und ich bin tatsächlich, da wusste ich doch, dass ich zu dick bin und wenn ich das jetzt machen würde, dann macht er das, also sei doch lieber leise und eigentlich bist du sowieso dumm und, äh, und genau das erzähle ich mir gerade und das möchte ich dir, möchte ich mit dir teilen und dadurch kannst du es wieder öffnen. Deswegen diese Brücke, sich verletzlich zu zeigen, indem ich dir erzähle, was ich mir gerade erzähle, ist ein ganz, ganz toller Weg, finde ich, finden wir, sich aus dieser Komfortzone, aus diesem fest gestampften, eingezäunten Bereich raus zu bewegen, um die Beziehung wieder ein Stückchen wachsen zu lassen. Und so wie du dich veränderst, wie sich jeder von uns sein ganzes Leben lang immer verändert, verändert sich auch die Beziehung. Und ihr wisst, unser Schlüssel dafür ist immer das Reden. Und auch wenn es sich nach so einer Binsenweisheit anhört und die man schon ganz oft gehört hat, aber es ist letztendlich, mit dem Reden zeige ich mich verletzlich. Mit dem Miteinander reden, die erzählen, wie es mir geht. Das ist der größte Vertrauensbeweis, den ich meinem Partner gegenüber, äh, bringen kann, weil ich ihm dann vertraue, dass er mich mit diesen Gefühlen, die ich für mich selber habe, so unvollkommen, wie ich mich selber fühle, trotzdem oder gerade deswegen, wie auch immer, lieben kann. Und der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, dass sich deine Beziehung verändert, wenn du drüber redest, wie es dir geht, was da passiert. Weil wenn du nicht drüber redest, wenn du dich zurückziehst, und das machen wir ja auch manchmal, auch das ist völlig normal, sich ab und zu mal zurückzuziehen. Und dann aber zu sagen, wie wir es vorher hatten, wieder rauszugehen, auf den anderen Partner zuzugehen, sich verletzlich zeigen, ganz bewusst aus dieser Komfortzone raus, dann kann sich deine, deine Beziehung verändern. Dann, dann, dann kann sich es wieder öffnen. Weil wenn dein Partner immer rätseln muss oder, oder gar allein gelassen wird damit, das ist das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, das ist der Anfang vom Ende, weil dann findet innerlicher Rückzug statt und keine Bewegung, kein Miteinander. Und wir leben ja in dieser Veränderung. Wir sind in der Beziehung mit dem Partner und leben dadurch diese Veränderung auch in der Beziehung. Wir leben ja in der Welt, die sich still noch verändern. Unsere Sexualität ist, ist mit, mit 16, mit 18, mit 20 eine andere als mit, mit 50, mit 60, mit 70. Aber es wäre doch falsch, um zu sagen, ja, das muss doch immer gleich sein. Aber alles andere verändert. Unsere Haut verändert sich, das Verhalten verändert sich, die Stimme verändert sich. Wir wohnen anders. Was auch immer. Aber nein, Sexualität. Oder Beziehung. Oder Beziehung bleibt immer gleich. Nein, die bleibt überhaupt nicht gleich. Auch wenn es das Ego dann hätte, bitte, das ist das Verlässliche, was ich habe. Nein, erlaubt doch deiner Beziehung, dass es sich anpasst an dem, wie alt du bist und wie du dich veränderst. Dem ist nichts hinzuzufügen. Punkt. Also da können wir noch mindestens zwei Folgen dazu machen, zum Thema Veränderung. Mal sehen, was dazu noch kommt. Deswegen, vielleicht mag der eine oder die andere von euch über diese Brücke gehen und deinem Partner mal erzählen, das ist die Geschichte, die ich mir gerade erzähle. Die möchte ich gern mit dir teilen. Dabei wünschen wir euch Mut, Vertrauen und Geduld, dass du es trotzdem noch mal probierst, auch wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht so klappt. Denn auch das ist etwas, was mit Veränderung zu tun hat. Die klappt nicht immer auf Anhieb. Nein. In diesem Sinne, habe ich das gerade schon gesagt, in diesem Sinne. Auch das da auf die Strichlisten. Alles Liebe, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und sind dir auch so ein paar Dinge eingefallen, die du vielleicht in deiner Beziehung verändern möchtest, dann freut uns das sehr. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir von dir Nachricht bekommen, was du denn so verändert hast und vielleicht auch, wie hat dir denn bis jetzt in unserem Sommerspecial so die eine oder andere Folge in deiner Beziehung wirklich weitergeholfen. Lass es uns wissen. Schick uns einfach eine Nachricht über alle möglichen Kanäle. Die Kontakte findest du in den Shownotes und wir freuen uns über jede Nachricht. In der nächsten Folge geht es um sowas wie ein Beziehungskonto. Manchmal haben wir in unserer Beziehung das Gefühl, mehr zu geben als der andere. Und wir hinterfragen mal so ein bisschen, ist das tatsächlich so? Oder bilden wir uns das eigentlich nur ein? Und wie können wir damit umgehen, wenn wir plötzlich dieses Gefühl haben? Deswegen bleib dran, warte auf unsere nächste Folge, schallt wieder ein. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und wenn du unseren Kanal oder unseren Podcast auf einem Kanal deiner Wahl abonnierst, weil dann verpasst du keinen wertvollen Impuls mehr für deine Beziehung.